Stromausfälle, Überflutungen, Feuer und andere Wetterschäden sind nur einige der drohenden Gefahren für jeden IT-Bereich. Bedingt durch den stetigen Klimawandel werden wir uns in Deutschland immer mehr mit solchen Wetterkapriolen konfrontiert sehen. Und wenn der Blitz einschlägt, bleibt es Nacht. Eine weitere Gefahrenquelle sind Computerviren. Millionen von Trojanern, Würmern und anderem Ungeziefer sind ständig auf der Suche nach einem neuen Wirt, bei dem sie Schaden anrichten können. Grundsätzlich sind alle Unternehmen gefährdet. Besonders hart trifft es aber die Medienbranche, wie zum Beispiel Verlage und Druckereien. Gerade hier hat die Aktualität und die zeitnahe Umsetzung von Aufträgen oberste Priorität. Die einzig richtigen Maßnahmen gegen Gefahren von außen sind Computersicherheitsräume, wie hier im Mediensystemhaus in Stuttgart. Das über 100 Mitarbeiter starke Unternehmen erbringt alle klassischen Dienstleistungen eines Systemhauses. Ein Schwerpunkt dabei ist der IT-Betrieb mit der dafür notwendigen Rechenzentrumsinfrastruktur. Bei diesem Projekt arbeitet das Mediensystemhaus eng mit Spezialisten von IBM zusammen. Hier werden zwei völlig eigenständige und redundante IT-Hochsicherheitsräume aufgebaut und betrieben. Aufgrund der Vielzahl an Einzelaufgaben haben wir uns mit der IBM für einen Partner entschieden, der uns die Sicherheit gibt, das Projekt nach einer klaren Zeit- und Kostenplanung zu verwirklichen. IBM Side Services koordiniert und organisiert als Generalunternehmer sämtliche Aktivitäten von der Planung über den Aufbau bis zur betriebsbereiten Abnahme der Rechenzentren. Dabei galt es bereits bei der Planung, die drei Hauptaufgaben des Raumes immer im Auge zu behalten. Eine hohe Zugriffskontrolle, die Hochverfügbarkeit der Daten und die physische Sicherheit. So entstand eine eigenständig funktionierende Zelle, unabhängig von der Außenwelt. Und damit das so bleibt, sorgen dicke Stahltüren, zehn Überwachungskameras sowie zahlreiche Bewegungsmelder dafür, dass Langfinger keine Chance haben. Im eigenen Backup-Raum werden alle Daten von einem Roboter ständig doppelt gesichert, vollautomatisch. Insgesamt 140 Hochleistungsbatterien und eine 1400 Kilowolt-Ampere starke Dieselanlage machen den Raum unabhängig von der externen Stromversorgung. Und im Falle eines Brandes leitet das Frühwarnsystem den automatischen Löschvorgang ein. Zertifiziert nach dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Die neue Lampertz-Zelle im Mediensystemhaus in Stuttgart. Jetzt müssen rund 22 Kilometer Kabel installiert werden. Eine mühselige Aufgabe, zumal die diese vor und nach dem Einbau mehrfach zu prüfen sind. Und nachdem die Serverschränke ihren neuen Hochsicherheitsplatz eingenommen haben, beginnen die Spezialisten des Mediensystemhauses mit der Planung der neuen Serverzugänge. Die Neukonzeption eines Rechenzentrums bietet eine gute Gelegenheit, auch dessen Verwaltung zu vereinfachen und damit den IT-Betrieb effizienter und transparenter zu gestalten. Für die Umzugsplanung haben wir in unserem virtuellen Rechenzentrum bereits den kompletten Bestand an Servern und Systemkomponenten eingetragen und können nun in aller Ruhe vorab am Bildschirm festlegen, was wo am besten zum Einbau passt. Erst wenn ein Server virtuell seinen endgültigen Platz gefunden hat, bauen ihn die Systemingenieure an genau der vorgesehenen Stelle ein. Die nun in Betrieb genommenen neuen Rechenzentren umfassen eine IT-Fläche von insgesamt 300 Quadratmetern. Aufgrund der stark verbesserten Flächenausnutzung und optimalen Konsolidierung aller Komponenten brauchen wir jetzt nur noch etwa ein Drittel der früheren Rechenzentrumsfläche. Wir betreiben darauf im Endausbau in 50 Schränken eine dreistellige Anzahl von IT-Geräten, die mehr als 50 Terabyte an Daten speichern und verarbeiten. Dennoch stehen genügend Reserven und Wachstumsmöglichkeiten für weiteren Ausbau zur Verfügung, sodass wir auf neue Anforderungen schnell, flexibel und zu vernünftigen Kosten reagieren können. Das Mediensystemhaus in Stuttgart. Maximale Verfügbarkeit, Sicherheit und Anwendbarkeit von Daten. Größtmögliche Wirtschaftlichkeit für seine Kunden.